Los, los! Er ist hier! Oh, verdammt nochmal! Die geben wohl nie auf! Dann hören wir es her! Nein! Ah! Oh, ich bin gerade so schlecht... Oh, Headshot! Überraschung! Da ist er! Danke, Lena! Ich will nur gerade das, was mir gehört, kurz holen. Komm, Lena, geh schon mal durch! Das Ding läuft noch? Aha! Schau mal her! Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück! Ja... Halt, stopp! Aha! Das da! Damit können wir abhauen! Komm mit! Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht... Lena, ich hab absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los! Ach, komm! Du kannst dir aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich! Ach... Gut! Ich bin's, okay? Ich gebe auf! Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes, Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt! Diesmal. fahr ich. Okay. Okay. Halten Sie er oder er? Ich verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Wir kriegen Gesellschaft! Auf das Fass! Was ist denn hier passiert? Die ganze Stadt steht unter Wasser. Boah! Ich muss noch Deckung geben! Headshot! Headshot! Oh! Ah! 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 Festhalten! Okay, das war jetzt weniger gut, als ich gedacht hätte. Da ist es! Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich hab mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich mein ja nur, dir ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Haha, ja. Und wie erklärst du das? Danke. Vielleicht kommen wir mit dem Kabel da hoch. Finden wir es heraus. Ich bleib hier und pass auf das Fahrzeug auf. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden. Kann ich gerne machen. Guck mal, die kommt. Die kommt! Boah, Junge. Ja. In Deckung! Macht keine Gefangenen! Wie ist es? Wie am Arsch! Schieß! Boah! Ich hab' ihn fast gehabt! Jetzt! Nachschlag! Boah! Nein, ich hab' keine Granate mehr. Wack! Oh Mann! Bist du das nicht? Ja! Du krieg Däckger! Ja! Wack! Lass uns die! Oh! Du krieg Däckger! Das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Oh Mann! Okay. Hey! Mach keine Zeit! Das ist dein Ende! Fuck! Ja gut, da hab ich mich ein bisschen zu sehr locken lassen. Hm? Hm? Ja! Ja! Oh-oh! Du bist tot! Meine Güte! Okay. Okay. Headshot! Oh, dein neues Spielzeug! Ja! Ja! Ich würde mir etwas Munition für meine... in Ordnung! Ja! 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 Nehmen wir die Mikro mit! Ja! 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 Komm schon! Sehr schön! Zum Turm. Kapitel 9! Alles klar? Klar.